Ganz Europa streitet über den Brexit. Was dabei aber aus den Augen verloren wird, ist, dass der Brexit auch ein Zeichen für eine Vertrauenskrise der Menschen in ganz Europa ist. Die Europäische Union gibt vielen Menschen nicht den Eindruck, dass Politik in ihrem Interesse gemacht wird, sondern man hat oft den Eindruck, da dominieren Lobbyinteressen und Wirtschaftsinteressen die Agenda. Und deswegen muss die EU lernen aus dem Brexit und muss transparenter werden. Der Einfluss von Lobbyisten muss begrenzt werden. Wir brauchen eine stärkere Beteiligung der Bürger. Das heißt, regelmäßige Konferenzen, in denen aktuelle Themen mit Bürgern besprochen werden. Eine digitale Bürgerbeteiligung ist erforderlich. Und wir brauchen auch direkte Demokratie auf europäischer Ebene, damit die Bürger Fehlentscheidungen der EU auch korrigieren können. Dafür stehen wir Piraten.